Nummer 5. Tanktop aus Neoprengewebe für schnelles Abnehmen. Der Stoff ist sehr weich und bequem und folgt perfekt den Linien des Körpers, ohne die Bewegung zu behindern. Um die Wirksamkeit zu optimieren, empfehlen wir die regelmäßige Anwendung bei sportlichen Aktivitäten, aber auch bei alltäglichen Tätigkeiten wie Hausputz oder Gartenarbeit. Der Stoff ist wasserabweisend und trocknet schnell. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Dieses Trikot besteht aus drei Schichten technischer Materialien, einer hochelastischen Außenschicht, einer warmen Mittelschicht und einer schweißabsorbierenden Innenschicht. Ideal für Schwitzen, ist das Trikot auch atmungsaktiv, leicht und extrem dehnbar. Wir empfehlen Handwäsche in kaltem Wasser. Das Shirt hat einen Reißverschluss, so dass Sie es leicht an- und ausziehen können. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Sweatshirt aus Neopren, Polyester und Nylon. Der Stoff bietet eine bequeme Passform und ermöglicht Bewegungsfreiheit beim Training. Dieses Shirt regt bei körperlicher Aktivität den Schweiß an, um den Prozess der Kalorienverbrennung zu beschleunigen und Körperfett zu reduzieren. Wir empfehlen Handwäsche in kaltem Wasser. Ausgezeichnetes Produkt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Kurzhermeliges T-Shirt für effektives Schwitzen, ideal zur Beseitigung von schlaffen Armen, Hüftpolstern, Bauch. Überschüssiges Fett wird leichter ausgeschieden, die Haut wird von Giftstoffen befreit und wird straffer. Der Stoff ist sehr weich und bequem und liegt perfekt am Körper an, ohne die Bewegung zu behindern. Um die Wirksamkeit zu optimieren, empfehlen wir die ständige Anwendung beim Sport und bei alltäglichen Aktivitäten. Handwäsche in kaltem Wasser wird empfohlen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Spezielles T-Shirt für Fitness und Sport, hergestellt aus Hightech-Material, es ist sehr leicht und einfach zu tragen. Während des Trainings wärmt das T-Shirt den Körper und fördert das Schwitzen, um in kurzer Zeit in Form zu kommen und Gewicht zu verlieren. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, flexibler als normale Neopren-Materialien, passt es zu jeder Figur. Hervorragendes Produkt zum Qualitätspreis. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.